Wenn ich es auch nicht versteh, weil ich es mit anderen Augen seh, dann glaube ich dir, wenn du mir sagst, dass du hier bei mir bleiben willst. Doch so einfach ist das nicht, das weiß ich, drum frage ich mich. Siehst du es so, nur in diesem Moment, oder bleibt es für immer so? Es gibt nichts außer mir, nichts Neues oder Aufregendes hier. Ist dir das genug, oder willst du dein Leben doch anders verbringen? Dein Leben vor mir, sah ganz anders aus als hier. Freunde sehen, durch die Lieder ziehen, alles das gibt es hier nicht mehr. Wirst du es irgendwann bereuen, oder dich darüber freuen? Das kannst du jetzt doch noch gar nicht sehen, also lass es uns ausprobieren. Bleibst du hier bei mir, oder werde ich dich demnächst verlieren? Denn ich hab ja nichts außer mir, was jeden Tag neu und aufregend wär. Es gibt nichts außer mir, nichts Neues oder was aufregend wär. Ist dir das genug, oder wirst du eines Tages doch wieder gehen? Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020